Clara Zetkin, die Stimme der Gleichberechtigung. Keine Frau steht mehr als Clara Zetkin für den Weltfrauentag. Ihre Geschichte ist ein EPOs von Mut und Engagement. Geboren in einer Zeit des Widerstands wuchs sie in den Schatten der Ungerechtigkeit auf. Doch sie weigerte sich, sich zu beugen. Vom Kampf um Bildung bis hin zum Ruf nach Gleichberechtigung Clara Zetkin war eine Kraft, die die Welt veränderte. Clara Zetkin, ihr Vermächtnis lebt weiter. Ihr Mut ist unser Erbe. Lasst uns Clara Zetkins Feuer weitertragen und für eine gerechtere Zukunft kämpfen. Für den Weltfrauentag jetzt liken und abonnieren.